m m kein Boot ein Boot ihm ist eigentlich drin sein denke ich ne auch nicht in den pinken drin zweimal ist das gelbe war vorher so haben wir gesagt in die richtung also wie ihr seht das schiff existiert noch vollkommen haben wir halt ein bisschen zerstört kann ich hier du ich bitte sagt dass ich da durch kann bitte 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 nein ich kann da nicht durch das heißt deswegen muss ich dann laufen dann kann ich das wieder fahren ja gut da stehe ich da drüben wieder ein und zwar hier jetzt können wir gucken jetzt kann ich da ziemlich gerade aus da drauf fahren also so wir sehen meine richtung ist auch schon fast am arsch aber bloß fast ja was ist das was ist das wo warte fuk warum hängt es in der luft ich habe mir den turm schon gemacht weil er sieht so kaputt aus oder lädt es gerade nicht wir haben den turm da habe ich nicht gemacht ja haben wir nicht so wie dann wie dann wie es geht in der ersten kiste sind ja immer so viel interessanten interessanten sachen können da geht es ja nach unten dieses mal klappe jetzt ich habe einen diamond giants wort kann ich gleich mal ausprobieren wie es ist ich habe keine blickpicks mehr so 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 kommt so also seins wort kann ich nicht blocken die kiste haben wir es macht 9 ohne schärfe also ohne irgendwas drauf anscheinend deshalb bin ich das ist noch mit alter 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 ich das jetzt noch verzauber mit scharfen ist vier und sowas dann geht es ja eigentlich richtig ab deshalb weiß ich nicht welches ich jetzt nehmen soll das tue ich auf jeden fall mal da rein und das da auch ich weiß nicht ob ich jetzt solche ja doch habe ich was habe ich denn hier ach resistent ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Alter wo kommen jetzt die ganzen Zombies her oh gott oh gott oh gott viel zu viel Das sind zwei hinter mir. Das sind zwei hinter mir. Ah. Da fliegt doch die Henne. Was ich ja... Wollte ich gerade irgendwas sagen, dass ich auch schon irgendwas bemerkt habe bei Hexit. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Na. Was wollte ich denn sagen? Dass bei Hexit... Äh. Scheiße. Ich bin so vergesslich. Ach, das ist bei... Ähm. Bei Hexe gibt es ja, glaub nicht, dieses Nennnis der Gliederfüße. Also, dass man da Plus-Schaden hat gegen Spinnen. Scheiße, bin ich runtergefallen. Zwei Spinnen, zwei... Alter, das finde ich richtig scheiße, dass du die Wände hochkrapseln könnt. Und dass die Plus-Eins groß sind. Das heißt, dass sie da durchfallen können. Ich hab ne Wind-Essenz, für was die auch immer gut ist. Ich kann's euch nicht sagen. Muss ich auch mal ausprobieren nachher. Da oben ist jetzt wieder eine. Kommt jetzt da gleich noch mit ein und eine Ecke. So. So und so. Das hab ich denn jetzt irgendwie schon gehört. Das erste, was sein wird, ist hier, meinen Bogen zu reparieren. Weil... Den will ich auf jeden Fall nicht verlieren. Und jetzt hab ich zumindest mal ähm... genug XP dafür. Das hab ich leergerannt. Oh, 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 oh. So, 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 so. Weg mit dir. Weg mit dir. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, also wär das die letzte Truhe gewesen. Heu, wär ich jetzt am Sack gewesen. Ich hab fast kein Elektrik-Stuff mehr. Okay, das ist jetzt die letzte Ebene. Oh nein, oh nein. Oh ja, cool, oh ja, cool. Du wirst sagen, oh nein, oh nein, und dann sagen, yeah, cool. Okay, das war die letzte Ebene. Was hab ich denn da? Presserate. Okay. 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 Okay.